Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Kosten, also die Kosten für dein E-Mail-Marketing für den Versand deines Newsletters. Ich möchte erst einmal mit einer weitläufigen Meinung aufräumen, welche mir immer wieder begegnet ist, und zwar das Thema Kosten. Häufig wird behauptet, dass ein Newsletter ja nichts kostet und deswegen beliebig oft eingesetzt werden sollte. Dies ist aber nicht ganz richtig aus meiner Sicht. Anfangs kann man sicherlich relativ kosteneutral das Thema Newsletter im Unternehmen umsetzen, aber speziell mit dem Anstieg der Kampagnen, einer großen Kundenanzahl und vielen verschiedenen Produkten steigt auch der Aufwand und damit die Kosten. Du benötigst einen Grafiker oder mehrere intern oder extern für die Anfertigung der verwendeten Bilder. Und dieses betrifft nicht nur deine Newsletter, sondern auch die Startseite oder dazugehörige Landingpages bzw. sogenannte Microsites. Dann wird jemand benötigt, der die Kampagnen planen und die Umsetzung begleitet. Vielleicht brauchst zu später auch noch ein Texter für die Inhalte der E-Mail-Kampagnen. Dann wird eine Person benötigt für die Verwaltung des E-Mail-Tools und der Einrichtung von diesen. Zusätzlich muss ein Newsletter in HTML und als Textvariante erstellt und getestet werden. Dies kann natürlich alles nur von einer Person erledigt werden am Anfang, aber mit der Zeit wird definitiv mehr an Personal benötigt. Und auch das E-Mail-Tool kostet monatlich einen Betrag. Kommen wir zu der Versandhäufigkeit. Auch hier besteht der Irrglaube, dass ein häufiger Versand auch viel hilft. Allerdings steigt auch mit der Versandhäufigkeit die Abmelderate und die Spamrate. Dadurch kann deine Reputation als Versender in Gefahr sein. Im schlimmsten Fall wird deine Absenderadresse komplett bei einem Mail-Provider gesperrt und du kannst gar keine Mails mehr an diesen versenden. Und jede einzelne Abmeldung kostet ebenfalls Geld. Denn die Empfänger stellen ebenfalls einen Wert dar, sei es durch ihre Kaufkraft oder die Kosten für die Gewinnung für die Verteilerliste. Daher empfehle ich dir gerade zum Anfang den Grundsatz keep it simple. Verwende ein einfaches E-Mail-Tool, welches mit dem Unternehmen und deren Anwendung wachsen kann. Das E-Mail-Tool sollte einen geringen monatlichen Betrag kosten oder der Preis richtet sich nach der Versandmenge bzw. nach der Anzahl der Kontakte in deiner Verteilerliste. Pflege die Kontaktliste und erhöhe die Qualität. Überlege genau mit welchen Kampagnen du starten möchtest. Ich empfehle dir die Warenkorbabbruch-Kampagne und die Bewertungsaufforderung. Danach könntest du die Geburtstagskampagne sowie das Merkzettel-Mailing umsetzen. Solltest du keinen Grafiker intern haben, kannst du diesen anfangs als Freelancer über Plattformen wie beispielsweise Fiverr am besten deutschsprachig beauftragen. Somit bist du flexibel, was die Beschäftigung angeht und bezahlst nur für anfallende Aufgaben. Wenn du dir selber grafisch einiges zutraust, sieh dir einmal die Plattform Canva an. Hier kann man relativ leicht Grafiken gestalten. Auch bei den Inhalten und den Grafiken selber solltest du am Anfang auf Einfachheit setzen. Du kannst ein Newsletter relativ kostengünstig kreieren, aber behalte trotz allem die Kosten und den Personalaufwand im Auge. Schauen wir uns jetzt einmal noch mal ganz kurz die Plattform an, von der ich gesprochen habe. Dies hier ist beispielsweise Fiverr. Dort kannst du Freelancer beauftragen und bezahlen und ich habe jetzt einfach mal nach dem Suchbegriff Newsletter-Design gesucht. Mein Vorschlag wäre, eventuell am besten am Anfang jemanden zu nehmen, der deutschsprachig ist, einfach auch wegen der Kommunikation und du der Person das dann einfach besser erklären kannst. Aber ansonsten natürlich findest du eine große Menge an englischsprachigen Nutzern. Du siehst hier auch immer einmal nochmal deren Bewertung und die Anzahl der Bewertung 296 beispielsweise. Oder hier hast du jemanden mit 824 mit 5 Sternen. Und du siehst ansonsten auch direkt, was die für dich tun. Einige machen direkte Newsletter für dich, andere designen Templates für dich, andere machen nur die Grafiken dafür. Also es gibt hier eine Hülle und Fülle an Dienstleistungen. Du kannst natürlich auch noch verschiedene Kategorien dir anschauen und kannst, wie gesagt, auch danach filtern, welche Sprache, sage ich mal, der Freelancer sprechen sollte. Ansonsten hättest du auch noch andere Möglichkeiten. Du könntest mit Canva, wie gesagt, Newsletter-Templates erstellen. Das ist auch ein sehr cooles Tool, kostet auch nicht allzu viel im Monat. Ich glaube, knapp 10 Euro sind es mittlerweile. Und du siehst hier, du hättest schon gleich vorgefertigte Newsletter-Templates, die du aber natürlich dann anpassen kannst. Sprich, du suchst dir ein Newsletter-Template aus, das ist dein Gerüst und in dieses Gerüst passt du dann deine Bilder, Grafiken, den Text und andere Dinge, so wie Links dann an und verschickst das dann über dein E-Mail-Tool. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, ja, E-Mail ist relativ kostengünstig, aber nichtsdestotrotz, wie ich gesagt habe, gerade in großen Unternehmen, vergiss niemals und behalte auch immer die Kosten im Blick, denn speziell beispielsweise ein E-Mail-Tool kann auch mal schnell in mehrere tausend Euro im Monat gehen. Und wie gesagt, also bei einem sehr großen Unternehmen und einer großen Empfängerliste brauchst du teilweise dann auch nicht nur eine Person, sondern du kannst durchaus sechs, sieben Personen beschäftigen, die sich auch nur darum kümmert. Vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Lektion wieder.